Rauchschwaden über dem Hafen von Berdiansk am Asowschen Meer. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben ein russisches Kriegsschiff zerstört und Putins Militär damit schwere Verluste zugefügt. Das Schiff brachte noch bis zuletzt Ausrüstung in die belagerte Stadt. Vier Wochen nach dem russischen Überfall sind Moskaus Streitkräfte zunehmend geschwächt. Die Front ist laut Kiew praktisch eingefroren, der Gegner trete auf der Stelle. Im Nordosten der Ukraine haben sich russische Truppen nach hohen Verlusten offenbar zum Teil zurückgezogen. Gleichzeitig geht der Beschuss auf Städte wie Mariupol und Karkiv weiter. Bei Isjom, unweit von Karkiv, bringt sich Russland laut Ukraine für eine neue Offensive in Stellung. Die Hafenstadt Odessa blieb bislang von größeren Angriffen verschont, doch seit einigen Tagen rückt die drittgrößte Stadt der Ukraine stärker ins Visier der russischen Streitkräfte. Die Innenstadt gleicht einer Festung, die Menschen bereiten sich mit Barrikaden aus Sandsäcken auf das Schlimmste vor. Odessa ist die größte Hafenstadt der Ukraine und hat militärisch wie wirtschaftlich große Bedeutung für das Land. Zudem ist die Stadt nicht weit von der Krim entfernt und deshalb für Putins Truppen strategisch sehr interessant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017